Aber... hat er geschafft! Schade, dass der nicht drin war von dir. Doch, doch, war drin. Haben die Eltern gesagt. Ja, aber da haben wir gesagt, dass er nicht drin war. Ja, wir müssen diskutieren. Ein nach Torschancen wäre es 4 zu 1 gewesen. Aber gut, ist egal, hat Spaß immer. Genau. War mal richtig schönes Spiel. Wir haben gut gespielt, ich spüre. Wir haben sich gefühlt. Aran, auf den blauen Punkt. Ja. Los, los, los! Oh!